ja moin leute es ist ja in so eine halbe wochen haben wir weihnachten immer so eine zeit mal so für so ein kleines kleines fazit zum jahresende ich habe ja jetzt meine direkt sahtrille so seit viereinhalb jahren in noch nicht ganz zwei monaten mache ich meinen betrieb seit elf jahren aktiv selber und da kommt man doch schon mal so ein bisschen so ins nachdenken aber noch mal kurz vorab ich bin jetzt hier noch mal auf der fläche wo auch mob grazing ist aber hier wo der schäfer die drüber treibt das muss ich noch mal dabei sagen stand hier auch ein bisschen mehr von der zwischenbruch vielleicht noch mal kurz zu den parzellen also was entscheidend ist eigentlich dass die tiere nicht länger als einen tag in der parzelle drin bleiben weil sonst fressen die halt die stellen muss denen am besten schmeckt auf null runter und die anderen stellen packen sie nicht an deshalb ist halt wichtig dass da irgendwo ein bisschen bisschen mobilität drin ist was natürlich jetzt ist ist aber klar die meisten sachen sind sind abgestorben ja klee hat sich eigentlich in den letzten jahren irgendwie immer im november schön breit gemacht als die anderen sachen abgestorben sind dies jahr kaum zu finden deswegen sind eigentlich fast nur noch gräser hier weil ich sage gerade kaum zu finden erst mal hier an diese kamera hier gewöhnen dazwischen ist auch auf jeden fall noch irgendwo das ist jetzt wirklich mal ungewöhnlich wo haben wir es denn da haben wir mal schön da ist noch ein schöner körtel hier ist klee die körtel die helfen auf jeden fall hier beim hummus und das das massieren des bodens soll auch einen effekt haben da ist noch ein tillage radish ein bisschen was von allem ist noch zu finden und ja ich verpasse den schäfer hier leider jedes mal genau das eigentlich gerne mal sehen wie er so drüber treibt manche pflanzen hier treiben auch übrigens schon wieder aus ich hoffe mal auf den monitor das kommt halbwegs rüber also es ist es ist glaube ich schon noch ein bisschen grüner wie es auf dem monitor hier aussieht aber naja da kann im frühjahr wäre jetzt noch mal ein bisschen was passieren aber wer da jetzt dran denkt das war hier dass man hier irgendwas hätte krimpen können das können wir vergessen und das ist mal relativ einfach zu erklären weiß es nicht sieht man da so ungefähr grob wo die sonne steht wir haben gerade mittag so und wir sind hier auf den 52 breiten grad und ja in paar tagen ist der kürzeste tag also kann ich eigentlich die erdachse annehmen von 23,5 grad das heißt der höchste punkt wo die sonne momentan hinkommt das ist 14,5 grad vom boden also heißt kurz um 90 grad minus den 52 breiten grad minus die erdachse bei einem winkel von 14,5 grad passiert nichts mehr so und das höchste wo wir hinkommen im sommer das ist 52 plus 23,5 oder wo wir im jahresmittel sind vom winkel her vom boden aus gesehen von der sonne jetzt noch mal ganz schnell überlegen 90 grad minus 52 ne also im schnitt des jahres steht die sonne immer auf 38 grad das ist unser einfallwinkel das wächst hier nicht so dass wir da was zum runter krimpen haben wie in den regionen wo die das machen also wenn da jetzt in ihm wie so ein programm drin steht ja bodenbearbeitung ist mist aber total herbizide wollen wir nicht sind total schlimm es geht doch auch mit zwischenfrüchten ja leute ich kann auch sagen wir deutschen wir fliegen nächsten monat zum mars theoretisch ist das auch möglich mit der praxis leider beides nichts gemeinsam aber gut fangen wir mal mit so einem kleinen fazit an ich setze mich mal so lange wieder ins auto weil da ist ein bisschen wärmer also im schnitt muss ich sagen über die ganzen jahre sind die erträge leicht gestiegen das heißt in den meisten ställen sind zwar einiges gestiegen und ein paar flächen die noch probleme machen da sind sie gefallen die kriegen wir aber noch in griff da sind wir mit kinsie noch nicht fertig und manche böden wenn ich echt mit wenig humo starte ja da ist erstmal nicht so optimal also deshalb wirklich die leute die was richtung direktsaat machen wollen stellt nicht den ganzen betrieb auf einmal um und nicht von flügen auf direktsaat ne ich weiß wenn man das ganze system einmal verstanden hat dann ist mal so hoch motiviert und will sofort alles das kann in hose gehen und dann seid ihr nämlich nachher genau die die rum tönen geht geht nicht geht nicht ich habe mir mühe gegeben und dann macht das allen anderen wieder wieder mies und das will ich eigentlich verhindern und ja man braucht man braucht ein dickes fell deswegen rasiere ich mich auch so selten also gar nicht mal unbedingt ja ein teil aus so das gerede von den leuten wobei es geht eigentlich noch ich meine ich wohne ja hier nicht in betriebs ne ich krieg's nicht mit also das ist alles ganz okay nein aber man muss sich auch einfach daran gewöhnen dass das die früchte die sind einfach langsamer sieht das ganze jahr nach weniger ertrag aus und nachher dann am ende wenn die wenn die korn oder kolben füllung ist dann ist noch wasser da dann geht die mineralisierung richtig rund und dann wird gas gegeben also ganz kurz am ende wird abgerechnet ja so summa summarum brauchen weniger dünger weniger pflanzenschutz weniger diesel ich würde das mal so im moment in dem system da wo ich bin großteils mit ja zwischen 20 und 40 prozent betiteln also kurz um ich mache eigentlich alles was die was der staat sich von uns wünscht hoffen wir doch mal dass er ein auch was weiter machen lässt und eigentlich die werkzeuge wegnimmt und ja wenn ich mir so die betriebe anschaue die schon zehn jahre länger dabei sind wo die schon sind also ich sag mal den herren zink zum beispiel ja auch regelmäßig über zehn tonnen im weizen teilweise elf zwölf da wo alle rundherum acht tonnen liegen weniger dünger keiner bodenbearbeitung ganz wenig pflanzenschutz sagen also mal erstrebenswert dass man da mal hinkommt und ja ich sagte ja gerade irgendwo 20 40 prozent weniger dünger pflanzenschutz aber also bei den sachen wo wir jetzt im moment bei sind wenn wir da mal richtig ein system haben wenn wir das mal alles etabliert haben also dann kommen wir noch einiges weiter runter ich kann mir gut vorstellen dass wir alles bald nicht alles aber vieles über die nährstoffe und blattanalysen und 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 geregelt kriegen also da kann man noch einiges machen ja ich habe ja gesagt weniger diesel moment ich habe mein handy hier noch in der hand ich gucke mal parallel nach ich habe mir ein paar sachen aufgeschrieben wenn ich jetzt finde 29 liter diesel pro hektar für trecker und mähdrescher in diesem jahr wenn ich noch den transport das heißt den transport bei mir in die halle die einlagerung die auslagerung und teilweise den transport zur mühle oder zum hafen oder sonst was also dann noch mal eine stunde mit dem lkw weg und wieder eine stunde zurück mit rein rechnen bin ich bei 34 liter pro hektar gut war ein jahr mit wenig ertrag im höheren jahr rechnen wir mal zwei drei liter drauf in einem anderen jahr das ist so verschwindend wenig im vergleich zu dem was andere betriebe brauchen generell viel weniger blech diesen ganzen quatsch diese ganzen scheiben wenn grober das was wir alle nicht mehr brauchen man lässt einfach ein altes ding mal so für notfälle in der ecke stehen sag jetzt mal wo die für die stellen so wo kalk und htk geladen wird und sowas oder wenn man mal irgendwo flächen übertauscht wieder dabei kriegt zum eine ebnen ich habe mein gott das alte dinge das frisst ja kein brot mehr schleißt dann auch kaum muss ja auch nichts neues für gebaut werden ich liege bei 1,7 traktor stunden pro hektar dann wenn ich noch mal den teleskop lader mit rein rechne den mähdrescher und dieses kleine trecker hier mit dem wir die feldränder machen damit ihr bei zweieinhalb stunden da ist meine komplette ein und auslagerung mit drin dass der lkw auch mit drin würde sagen das ist ganz gut also unseren großen den 900er vario das ist dann auch mal so eine überlegung den haben wir diesjahr fünf mal getankt ich bin ja freund von den varios sparsame maschinen aber jetzt muss man doch mal einfach überlegen brauche ich so eine kiste noch wenn ich den fünfmal im jahr tanke also ich sag mal gut klar der strecker der trecker der dünger streuen spritzen überladewagen transport und solche sachen macht okay da macht sinn aber das muss man doch eigentlich mal ganz ehrlich sagen normalerweise gehört vor die drille irgendwie so eine 20 30 jahre alte kiste davor wo nicht viel dran ist wenig elektronik was kaputt gehen kann und dann macht er halt seine 200 stunden im jahr oder 230 mehr hat er ja nicht gemacht spielen wir das ganze mal ein bisschen weiter ich meine das ist ja bald weihnacht man darf mal ein bisschen träumen sondern ein arrondierter 1000 hektar betrieb der wird sich mit kaum mehr arbeit machen lassen wie mein betrieb jetzt weil eine ganze menge zeit geht für diese rumfahrerei drauf so wenn ich überlege was ich noch viel an anderen arbeiten macht die mit meinem eigentlichen betrieb nichts zu tun hat und ja büro mache ich auch alle ich habe ein mitarbeiter das heißt ja die mal daumen vielleicht irgendwo in der landwirtschaft sind es dann 1,7 leute bei mir auf dem betrieb also ich sag mal einen arrondierten 1000 hektar betrieb den kann man mit zwei mann machen plus vielleicht noch so eine kraft die drei stunden die woche das büro macht da hat man auch die nerven ein bisschen frei war so ein bisschen weiter gesponnen was dafür reichen würde nehmen wir einfach mal so einen alten und alten 4955 so eine 30 jahre alte kiste packen 6 meter novak dahinter also auf dem böse nicht gerade tonböden sind das zieht der dann nehmen wir noch so einen 516 eine agrio spritze 36 meter irgendwie sowas günstiges reicht morgens schönen tau fahren kein wind gestänge führung scheiß egal reifenregler dran dann liegt alles schön ruhig also und ganz entscheidend auch der das wichtigste was der was der trecker vor der drille braucht der braucht eine klimaanlage der braucht michelin reifen reifen regler gefederte vorderachse ist völlig überflüssig wir fahren mit 40 kmh bei uns mit dem düngerstreuer also mein gott wenn wir da nur 30 fahren können ist auch okay die flächen die werden so was von eben das ist das ist der hammer so dann noch sagen wir so ein 770er lexion oder irgendwas von mir aus aus holland zwölf meter irgendwas schneidwerk für den ctf überladewagen eine lkw so und dann ist fertig so man könnte das ganze auch einfach mal weiter spielen arrondierter 2000 hektar betrieb ja einfach das doppelte an technik bisschen größere überladewagen nicht viel ja und zwei angestellte und ein chef mit drei mann 2000 hektar ackerbau trägt satt problemlos machbar aber ja gut in dem moment geht es ja schon langsam los betriebe stehen hier zum verkauf aber ich sehe es so einfach noch mal abwarten die werden auch wieder billiger wenn die gesetze mal alle durch sind und es gibt kaum noch betriebsleiter überall außerhalb deutschlands fallen die landpreise schon und nun mal so das letzte mal ist die verschuldung in der landwirtschaft so hoch lag wie jetzt das war anfang der 80er kurz danach sind die landpreise auf ein viertel gefallen wenn ich jetzt mal hier überlege ein viertel der jetzigen preise also wenn wir da noch mal 30 prozent abziehen hat man mir vor zehn jahren gesagt das rechnet sich nicht das kriegen sie nie abbezahlt also ein fünftel der jetzigen preise sozusagen ungefähr und das bisschen was ich die getreidepreise seitdem verbessert haben das sind auch die löhne gestiegen und die maschinenkosten und pflanzenschutz und dünger und auch alles also ich weiß nicht wie da eine rechnung rankommen also im moment das ist eine blase die einzig und allein auf dem zinsniveau liegt und sonst nichts ist halt einfach nur die frage was kommt zuerst kommt eine hyperinflation oder kriegen wir wieder normale zinsen wird die währung queschen oder nicht so und danach wird sich auch mal irgendwann mal wieder was relativieren aber ich weiß es auch nicht in der landwirtschaft es kann auch sein dass es vorher kommt weil wie gesagt rundherum die preise die fallen in allen anderen ländern und dieser schwachsinn von den investoren ackerland ist knapp das wird nur wertvoller ja natürlich genau deshalb gibt sich deutschland ja auch gerade größte mühe um die produktion zu senken also da ist noch so viel potenzial in anderen ländern wo noch so viel ertrag rausgeholt werden kann das reicht noch ein ganzes zeitchen ja was ist noch warum brauchen wir noch weniger dünger man muss einfach mal nur so überlegen dass so von den meisten hektar in deutschland so sieben tonnen ackerland im jahr pro hektar verschwinden also so ein halber millimeter wenn man mal überlegt das ist der gute teil der weg geht mit dem wind und mit wasser nicht der schlechte manche stellen sind auch ein bisschen mehr was weg geht da sind deine nährstoffe drin die irgendwo anders landen über das schon mal nicht mehr haben was sparen wir dadurch schon allein an dünner dann müssen wir da braucht das bodenleben noch gar nicht viel für uns arbeiten und was verfügbar zu machen nur der teil alleine wir suchen auch keine steine mehr gut sind ja auch mineralien die man nicht mehr vom feld runterfahren also früher drei wochen jede woche also jede woche da sage ich mal so montag mittwoch freitag da man sich zwischendurch mal wieder ein bisschen aufwerben kann mit drei mann steine suchen im frühjahr vielleicht auch noch mal erstmals das ist jetzt runter auf einen tag im jahr mit einem quad einer alleine der gleichzeitig mit der legeflinte rumläuft und dann irgendwo so 100 hektar fertig macht apropos mäuse dies hier hat man mal ein mäusejahr hat knapp über einen tag gebraucht eine person 140 hektar einmal zu möglicher zeiten schon mal schlimmer aber gut wir haben eine drille die alles platt walz und platt ablegt damit haben wir keine häufelchen da da sieht man in der zinkmaschine ein bisschen anders aus und man muss da echt einen blick drauf haben und auch mal mit der drohne los das hilft echt also wenn man das verpasst dann wird es richtige arbeit und dann kann es auch richtig wehtun wildschweine die machen kaum noch schaden liegt ja alles oben drauf die nach mais haben diese ein bisschen das maisstroh durchgewühlt das sieht ein bisschen wild aus aber der boden da ist da ist gar nichts bewegt nitratauswaschung habt ihr ja schon in dem vortrag von tee brügel gesehen ungefähr halbiert also stellt euch mal vor die landwirte würden das system alle fahren diese ganzen scheiß gesetze die wären komplett überflüssig die bräuchten wir nicht mehr diese ganzen beschränkungen waren mal was dürfen und wann nicht ich muss ja überlegen habe in der direktzeit ganz andere sorgen wenn ich nur organischen dünger ausbringen ich darf den im winter nicht ausbringen und das wäre eigentlich die optimale zeit in der ich nach oben keine gasförmig verluste habe wo es mal nach unten irgendwie in den boden reingeht ich habe das problem dass es ihm wie erstmal da rein kommt die auswaschung habe ich doch eh nicht bei unserem regen sowieso schon mal drei mal nicht das ja totaler quatsch hier pi mal daumen so ein drittel weniger pflanzenschutzauswaschung weil es wird einfach besser entweder festgehalten und abgebaut wenn ich da noch mal oben drauf rechne dass ich auch noch mal 30 prozent weniger brauchen wir schon mal nur noch die hälfte so jetzt stellt euch das mal vor wenn das alle landwirte machen würden pflanzenschutzauswaschung buff halbiert da sind 20 prozent öko sind von von dem was die erreichen ein witz dagegen das hilft gar nichts so zwischenfrüchte ich meine gut okay jetzt nicht mehr wir haben dezember aber ansonsten die optik für den verbraucher da kommen genug leute auf ein zusagen auch wie toll oder darf ich ein paar sonnenblumen pflücken oder auch ja hier mal ein bild für die zeitung hilft schon ein bisschen der landwirtschaft immerhin mal etwas und ja generell insektenschutz biodiversität bodenbrüter wild im ganzen was das zugenommen hat wir haben hier regelmäßig eine rehe auf dem acker das ist der wahnsinn fasan viel viel mehr geworden repühne hatten wir vor ein paar jahren nicht jetzt rennen die immer überall rum man ist ja auch klar wir stören das ganze auch nur noch einmal im jahr und nicht mehr ein paar mal im jahr also die chance dass wir da gerade im nest kaputt machen ist viel viel geringer ja gut wenn wir zwischenfrüchte drin fahren zweimal im jahr aber also im schnitt irgendwo 1,3 mal pro jahr fährt man damit irgendwas drüber was da was kaputt machen könnte und nicht mehr drei vier fünf mal im jahr wie es bei anderen betrieben ist und da gibt es ja auch eine studie bei colin zeiss haben sie ja gemessen 800 prozent mehr biodiversität und alles im ganzen bei leontino balbo junior in brasilien zuckerrohr monokultur mehr biodiversität als im naturschutzgebiet daneben also ja wie auch immer also wenn ich mal diese ganzen sachen mal alle so zusammenfassen ich muss jetzt nach viereinhalb jahren einfach sagen also bodenbearbeitung ganz ehrlich die scheiße die tue ich mir nicht mehr an wirklich und ja es ist halt einfach nur entscheidend wir müssen irgendwie vernünftig wirksames total herbizid haben was nicht unsere unsere kultur die danach kommt schädigt und da ist es halt so da haben wir halt nichts anderes als das glyphosat aber sind wir mal ehrlich ich liege hier irgendwo im betrieb im schnitt so ungefähr beim beim liter ich denke mal noch ein bisschen optimieren dann kommt man so auf 0,7 denke ich mal runter wenn man es einfach auch manchmal auch ohne klarkommt und ich meine die amis die reden von gallons per acre ein gallon per acre entspricht zehn liter pro hektar und da fahren die paar mal im jahr mit rüber und die ngos die vergleichen das mit dem was wir machen und die andere seite ist aber die ngos die haben auch damals so ein bisschen einfach blind losgeschrien weil die einfach das nur von den amis halt kannten viel glyphosat diese hohen mengen wenn wenn die da mit 40 liter oder sowas drüber fahren ist natürlich heftig wenn das bodenleben da nicht mitspielt dann wird auch mal irgendwann mal ein garn festgelegt so aber die haben die wissen jetzt langsam auch schon wenn die glyphosat verbieten für den umweltschutz das geht nach hinten los ja ich meine gut am liebsten wollen sie das dann natürlich den landwirt wieder in der schuhe schieben aber ich meine das versteht ja doch ein restrisiko dass auf die zurückfällt nur die kommen aus der nummer ja auch nicht mehr raus die können doch nicht einfach sagen oh was wir gestern gesagt haben war falsch ich habe ja noch so ein klein bisschen rest hoffnung dass sie irgendwann sagen leute glyphosat wird verboten außer wo es sinn macht bei umweltfreundlichen systemen wie mulch und direktsaat so und dann wäre doch schon alles gut so und ich sage mal klar dass vor erntesikation das gehört eh verboten aber ist es eigentlich schon ich meine da soll mir so viel bürokratie verboten das macht doch schon in deutschland oder westeuropa keiner mehr das ist doch gar nicht drin ja also sollen sie es verbieten fertig von mir aus sollen sie auch sagen ein betrieb der mulch oder direktsaat macht der darf pro hektar den er hat und ja noch was weiß ich zwei liter kaufen oder so und soll dann selber sehen wo es einsetzt wo es sinn macht und nicht wenn sie die mengen ein bisschen reduzieren wollen aber ich meine die müssen ja auch einfach mal nachdenken wenn das zeug weg geht dann brauchen wir von allem anderen mehr gut vielleicht ist das ja von bayern und santo gewünscht sogar weiß man auch nicht aber gut zum politischen wollte ich nachher noch mal was machen ich glaube das video ist auch schon wieder viel zu lang ja ich wünsche euch noch schöne weihnachten guten rutsch ins neue jahr wie gesagt wenn ich nicht nicht alle e-mails beantworte und alles unten drin nimmt es mir nicht übel ich gucke da ab und zu noch mal durch aber ja wie gesagt ich werde dafür die arbeit hier nicht bezahlt ich mache das weil ich das sinnvoll erachte und weil ich ein bisschen möchte dass das system verbreitet wird einfach damit bei 100 jahren auch noch ackerland haben das ist mein interesse dahinter aber mein ehemann muss auch mal gut sein ne ich kann euch nicht alle fragen beantworten ich werde mal irgendwie schauen ob wir nicht noch irgendwie wieder so ein direktsaat forum irgendwas wieder fertig kriegen ne also bis dahin machts gut ja leute und ein ganz entscheidender nachtrag noch wenn ihr auf direktsaat umstellt macht nicht den ganzen betrieb auf einmal geht da nicht blauäugig ran guckt erstmal auf den teil glaubt mir die leeren kurve die ersten zwei jahre ist sehr groß das system im ganzen ist einfacher als ein bodenbearbeitungssystem wenn es an alphabeten in afrika in südamerika hinbekommen eine sehr gute direktsaat zu machen dann kriegen wir das auch hin aber es ist anders man muss umdenken man muss lernen und bei uns ist es ein bisschen kühler die mineralisierungsraten sind geringer das macht gerade am anfang schwieriger und deshalb müssen wir dort solche sachen machen wie kartion austauscher belegung wirklich genau angucken und 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 also es funktioniert es funktioniert extrem gut aber geht da langsam ran ich weiß es ist so man will zack sofort aber geht da in ruhe ran von die zung inter